Die Theorie Praktischer Vernunft Niederrömelin fasst hier seine Theorie Praktischer Vernunft in einer Monografie zusammen, die er vorher in mehreren kleineren Schriften sozusagen stückweise vorbereitet hat. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die strukturelle Rationalität, bei der es um die Einbettbarkeit einer Handlung in eine umfassendere Praxis geht. Es kann danach vernünftig sein, etwas zu tun, weil es Teil einer Handlungsstruktur ist, für die es gute Gründe gibt. Dabei wendet er sich sowohl gegen den radikalen Reduktionismus, das Konsequentialismus, dem es letztlich nur um Optimierung geht, aber auch gegen eine einseitige Deontologie, die sich zum Beispiel an Kant orientiert. Dabei sieht er seine praktische Philosophie als eine Fortsetzung, Systematisierung und Rationalisierung unserer lebensweltlichen Praxis, einer Praxis des Gründe Gebens und Nehmens, aber keiner Neukonstruktion, die sozusagen alles hinterfragt und niederreißt, um dann zu versuchen, alles rational wieder neu vernünftig aufzubauen. Er präsentiert seine Theorie als die bessere Alternative des in der Ethik weit verbreiteten Rationalismus. Sie ist objektiv-normativ-realistisch, nicht-naturalistisch, vertraut auf die Vernunftfähigkeit des Menschen und besitzt dabei pragmatische Züge. Zudem ist sie im Gegensatz zu Theorien im Rahmen der neueren Entscheidungs- und spieltheoretischen Erkenntnissen plausibel. Kooperatives Verhalten erscheint hier nämlich dann nicht letztlich als irrational, wie etwa bei Theorien, die das Eigeninteresse präferieren, sondern als durchweg rational vernünftig begründbar. Gründe sind für ihn insofern objektiv, als sie von jeweiligen Präferenzen der handelnden Person unabhängig sind. Gründe bilden ein komplexes Ganzes, was sich in der wechselseitigen Bedingtheit rationaler Überzeugungen und Handlungen sowie rationaler emotiver Einstellungen vor allem aber in der Gestaltung der individuellen Lebensform als Ganzer zeigt. Niederrömmelin spricht da Treffen von der Einheit der Vernunft. Ziel ist es, dass die Praxis als Ganze sowohl die einer Person wie die einer Gesellschaft vernünftig ist. Jede Person muss die normativen und empirischen Erwartungen soweit integrieren, dass ihre Praxis insgesamt stimmig ist. Zentral ist das Phänomen der Kooperation. Es ist vernünftig, sich gegen eine individuelle Interessenoptimierung und für den eigenen Beitrag für eine wünschenswerte gemeinsame Praxis zu entscheiden. Kooperation ist für ihn ein paradigmatischer Fall von struktureller Rationalität und kann von individualistisch verfassten Rationalitätstheorien nicht plausibel erfasst werden. Das gilt aber zum Beispiel ebenso für die Phänomene der Ehrlichkeit und Fairness. Vernünftige Praxis zeichnet sich außerdem durch eine Kohärenz über verschiedene Zeitpunkte hinweg aus, die strukturell dieselben Eigenschaften hat wie interpersonale Kooperation. Dabei erweist sich die hier präferierte strukturelle Rationalität als unvereinbar mit punktueller und konsequentialistischer Optimierung und bietet hierzu eine kohärentistische Alternative. Dabei äußert sich die Freiheit des Individuums dadurch, dass es für praktische Überlegungen selbst die Verantwortung hat, dass es selbst Autor seines eigenen Lebens ist. Eine abwegige Gegenüberstellung von Rationalität und Vernunft ist es für Niederrömerlin, wenn man Rationalität als bloße Mittelwahl und Vernunft als Merkmal der Zielbestimmung auszeichnet. Es gilt vielmehr, dass eine Handlung strukturell rational ist, wenn sie sich in wünschenswerte Strukturen der Praxis einbetten lässt. Was wünschenswert ist, wird in der Deliberation praktischer Gründe ermittelt. Eine Begründung ist nur dann erfolgreich, wenn über den Sachverhalt, der zur Begründung angeführt wird, über Einstimmung, zum Beispiel zwischen zwei deliberierenden Personen, besteht. Gründe haben also propositionalen Gehalt und sind immer objektiv. Handeln ist für Niederrömerlin immer Ergebnis einer beurteilenden, bewertenden Stellungnahme. Die Fähigkeit zur Distanzierung von den eigenen Interessen ist für ihn wesentliches Merkmal einer rationalen Person. Das lebensweltliche, etablierte Spiel des Gründenehmens und Gebens gilt für ihn gleichermaßen für theoretische als auch für praktische Gründe. Die Quelle der Normativität liegt in dieser Sicht in der lebensweltlichen Sprach- und Interaktionspraxis und nicht in einem von außen sozusagen herangetragenen ethischen Prinzip. Schauen wir nun zunächst, bevor ich dann die sechs Bausteine seiner Theorie praktischer Vernunft vorstelle, wie er sie in der Einführung seines Buches darlegt, wie von seinem Ansatz aus das Phänomen der Ehrlichkeit erklärt wird. Die punktuell optimierende Standardtheorie besagt, so stellt Niederrömerlin fest, dass wir irrational handeln, wenn wir auf Vorteile verzichten, die wir ohne Kosten haben könnten. Als schräge Konsequenz erscheint dann etwa eine Person, die das richtige Restgeld rausgibt, ohne dass sie andernfalls befürchten müsste, bestraft zu werden, als irrational handelnd. Ehrliches Verhalten ohne punktuelle Anreize oder Sanktionen wird im Rahmen der Verhaltensökonomie als Konflikt zwischen sozialen Normen und Marktnormen interpretiert. Einige Ökonomen meinen dann, es lege bei Unehrlichkeit sozusagen doch eine Sanktion vor, nämlich die des schlechten Gewissens bzw. ein Anreiz durch Lob. Für Niederrömerlin ein an den Haaren herbeigezogenes Argument zur Immunisierungsstrategie der Standardtheorie, die punktuell optimierende Rationalität. Für ihn ist es eher die exotische Ausnahme, dass wir ehrlich sind, weil wir uns von dem schlechten Gewissen fürchten oder lobgeil sind. Die plausiblere Erklärung für ihn ist einfach die, dass es Menschen gibt, die in vielen Situationen einfach ehrlich sein wollen und es sogar manche gibt, die immer ehrlich sein wollen. Menschen, die nie den Wunsch haben, ehrlich zu handeln, werden in aller Regel kriminell. Dagegen meint die Standardtheorie, dass ein Verhalten aus dem bloßen Wunsch heraus, ehrlich zu sein, irrational ist. Damit es hier als rational gilt, muss es andere Wünsche bedienen, z.B. den Wunsch, sein Wohlergehen zu maximieren, also z.B. ehrlich zu sein, um Strafe zu vermeiden. Dagegen meint Niederrömelin, dass Ehrlichkeit Ausdruck struktureller Rationalität sein kann, dass dies die natürlichste Interpretation der lebensweltlichen Begründung ehrlichen Verhaltens ist. Als ehrliche Praxis bettet sie sich, so Niederrömelin, in eine interpersonale Handlungsstruktur ein, die Ausdruck der Akzeptanz allgemeiner Ehrlichkeit ist. So, jetzt geht es zu den sechs Bausteinen seiner Theorie praktischer Vernunft, die er in seiner Einleitung vorstellt in diesem Buch. Niederrömelin betont, dass die präsentierten Bausteine nicht selbstgenügsam sind, sondern sie ergeben nur im Zusammenhang mit dem Ganzen der Theorie einen Sinn. Sie sind wechselseitig aufeinander angewiesen und kein einzelner Baustein hat alleine eine fundamentale, tragende Rolle. Getragen werden die Bausteine sozusagen vom ganzen Haus. Erster Baustein, normativ nicht-naturalistischer Realismus praktischer Gründe. Niederrömelin stellt hier fest, dass sowohl theoretische Gründe, also theoretischer Gründe für Überzeugung, praktische Gründe für Handlungen, als auch emotive Gründe für emotive Einstellungen, normative Gründe sind, die eben für eine Überzeugung, eine Handlung oder eine emotive Einstellung sprechen. Darum sind für ihn Gründe keine empirischen, sondern normative Sachverhalte. Sie sind also nicht Bestandteil der physikalisch beschreibbaren Welt. Er meint nun, dass Gründe in dem Sinn objektiv sind, als sie von den jeweiligen Präferenzen, Einstellungen der Person unabhängig sind. Das bedeutet nun aber nicht, dass Präferenzen, also Wünsche, Einstellungen und Hoffnungen einer Person irrelevant für objektive Gründe sind, etwas zu tun oder zu lassen. Man kann nun Überzeugungen ohne gute Gründe haben, dann handelt es sich um eine objektiv unbegründete Überzeugung. Gründe sind für Niederrömelin nicht epistemisch verfasst, es handelt sich auch nicht um Präferenzen, die eine Person hat, denn Gründe sind keine Emotionen, sondern sie sind objektiv. Als subjektive Gründe versteht er das, was eine Person für Gründe hält. Als besseren Begriff dafür schlägt er dann Überzeugung, Motiv oder subjektive Tatsache vor. In der praktischen Deliberation versuchen wir dann herauszufinden, was für X spricht, unabhängig davon, zu welcher Kategorie von Gegenstand X zählt. Überzeugungen, Handlung oder emotiven Einstellungen. Wer gute Gründe für X hat, aber X nicht tut, handelt irrational. Gründe, so Niederrömelin, konstituieren die Vernünftigkeit einer Person. Kommen wir nun zum zweiten Bestandteil seiner Theorie, Einheit der Vernunft. Gründe, so Niederrömelin, bilden ein komplexes Ganzes. Das zeigt sich in der wechselseitigen Bedingtheit rationaler Überzeugungen, rationaler Handlungen und rationaler, emotiver Einstellungen, aber auch vor allem in der Gestaltung der individuellen Lebensform als Ganzer. Das Ideal ist, die eine kohärente Lebensführung in der Gefühle wie Bereuen oder Bedauern selten auftreten. Für Niederrömelin gilt eine Einheit des Sollens im Bereich praktischer Problemlösung. Es gibt für ihn keine bereichspezifischen Rationalitäten, sondern die Praxis als Ganze, aber auch die Praxis der Person sowie der Gesellschaft muss vernünftig sein. Jede vernünftige Person muss demnach ganz verschiedene Erwartungen normativer und empirischer Art so integrieren, dass ihre Praxis als Ganze stimmig wird. Dritter Baustein, Kooperation. Genuine Kooperation ist für ihn dadurch gekennzeichnet, dass die handelnde Person in der Erwartung agiert, dass kollektive Handlungen ein besseres Ergebnis einbringen, als wenn alle Beteiligten nur an sich denken und ihre eigenen Interessen optimieren möchten. Darum entscheidet eine kooperierende Person gegen eine individuelle Interessenoptimierung und führt den Beitrag zu einer gemeinsamen, wünschenswerten Praxis. Der individuelle, egoistische Standpunkt wird also transzendiert. Kooperation ist für Niederrömelin ein paradigmatischer Fall struktureller Rationalität. Kommen wir jetzt zum vierten Baustein. Diachrone Kohärenz. Vernünftige Praxis ist für Niederrömelin durch eine Kohärenz über verschiedene Zeitpunkte hinweg geprägt, die für ihn strukturell dieselben Eigenschaften hat wie interpersonale Kooperation. So wechseln zwar die Wünsche von einem Zeitpunkt zum anderen, ist die Person aber vernünftig, ist sie auch in der Lage, ihren emotiven Zustand strukturell einzubetten, also sich für zeitübergreifende Praktiken zu entscheiden. Eine vernünftige Person wählt darum nach Niederrömelin eine punktuelle Handlung im Hinblick auf eine von ihr gewünschten Diachrone zeitübergreifende Handlungsstruktur. Dabei wird es in der Regel einen Spielraum der Unterbestimmtheit geben. Auch Diachrone Kohärenz ist ein paradigmatisches Beispiel struktureller Rationalität. Kommen wir zum fünften Baustein. Remsee-Kohärenz. Niederrömelin stellt fest, dass strukturelle Rationalität unvereinbar mit punktueller und konsequentalistischer Optimierung ist. Darum bietet seine Theorie praktischer Vernunft eine kohärentistische Alternative zur konsequenzialistischen Standardtheorie. Sechster Baustein, Aufhebung des Gegensatzes instrumentelle versus substanzielle Rationalität. Instrumentelle Konzeptionen der praktischen Rationalität zu Niederrömelin bestimmen Kriterien für Handlungen als Mittel, um Handlungsziele zu erreichen. Substantielle Konzeptionen werden traditionellerweise so verstanden, dass sie die Ziele vernünftigen Handelns bestimmen. Für Niederrömelin nun äußert sich die Freiheit des Individuums dadurch, dass es selbst die Verantwortung für praktische Deliberation hat. Es ist der Autor seines eigenen Lebens. Darum macht für ihn die angemessene Integration guter Gründe vernünftiges Handeln aus. Rationalität als bloße Mittelwahl und Vernunft als Merkmal der Zielbestimmung zu unterscheiden, beinhaltet für ihn eine abwegige Gegenüberstellung von Rationalität und Vernunft. Strukturell rational ist eine Handlung für ihn, wenn sie sich in die wünschenswerten Strukturen der Praxis, Diachronen und interpersonell einbetten lässt. Welche Strukturen wünschenswert sind, zeigt sich im Ergebnis der Deliberation praktischer Gründe. So, das war es jetzt auch schon mal. Also heute ein etwas längeres Thema, das auch ein bisschen ein bisschen tiefschürfner, vielleicht ein ganz so einfaches. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi, ciao. Tschüssi, ciao. Tschüssi, ciao.